Fast geschafft! Ich fahre durch den Washington Square Park. Mein Kaffee ist gleich alle, Parker. Schwingen Sie Ihren Hintern hierher! Der Junge wird sich noch umbringen. Danke! Seien Sie nicht zu schüchtern! Tut mir leid. Wird er gerade ausgeraumt? Passiert hier ständig, Parker? Seien Sie ein New Yorker! Sei ein New Yorker! Die Stadt ist voller Menschenschätze. Da bin ich aber zu schnell. Hey, lass ihn in Ruhe! Was hast du gesagt, du Bodenstange? Hey! Was gab's du so, du Tourist? Oh, das war nur ein Witz. Jetzt reicht's. Er kann was erleben. Reiß dich ins Stücke, du kleiner Freak! Ab, in die Mülltonne, wo du hingehörst. What? Aber den Sprüchen muss er ja noch feilen, der junge Peter. Die sind ja echt, Alter. Geschafft! Und es hat sogar Spaß gemacht! Oh, ja? Ja, deine Sprüche haben auch sehr Spaß gemacht. Das ist was. Alles okay? Ja. Weil du zu Hilfe kamst. Danke. Ja, bitte. Hat auch was abbekommen. Oh, wie kommt... Oh, meine Fotos. Alle ruiniert. Bis auf eins. May braucht das Geld. Und ich diesen Job. Ich schaff das auch zu Fuß. Ich muss... Aus dem Weg! Ich bin ein New Yorker! Lasst mich durch, Leute! Ich bin ein New Yorker! Mr. Jameson! Peter Parker! Sie sind zu spät. Ich hab etwas für die Titelseite des Bio-Gel. Ziemlich großspurig, was? Ich trage mein Selbstbewusstsein jetzt nach außen. Wie ein New Yorker. Parker, das ist schrecklich. Miese Beleuchtung, grottenschlechter Bildaufbau. Nur Gott weiß, warum sie noch Filme verwenden wie ein Höhlenmensch. Und ihre Nase blutet. Aber sie haben Glück. Ich brauche ein Bild von dem Spinnenfreak für die Titelseite morgen. Glückwunsch! Sie sind jetzt Pugelfotograf. Wirklich? Danke, Sir. Sie werden es nicht bereuen. Alles okay? Du starrst das nämlich schon seit ca. 5 Minuten an. Ja. Also, kannst du mir sagen, wie ich Peter Parker treffen kann? Du willst sie nicht kopieren. Mach dein Ding. Was ich dir sagen kann, ist, dass er gelernt hat, seine Ziele zu verfolgen. Und bei Problemen einen anderen Weg zu finden. Gut. Ich werde einen anderen Weg finden. Gib mir ein Actionfoto für den Bugle. Oh, klar. Gerne. Passt das? Ja, und neig dich im Sprung nach links für ein Silhouettenbild. Oh, okay. Geht klar. Achtung. Fertig. Springt! Yeah, Spidey. Bis zum nächsten Mal. Tschau, Kakao. Achtung, Truthähne. New Yorker im Anmarsch. Was ist denn Truthähne? Was ist denn mit dir? Ente? Enten? Was? Spider-Affen-Spider-Bot. Der hat eine Bananen hinten. Oh, okay. Alles klar. Okay, das sieht sehr geil aus hier gerade. Was ist denn mit dir? Okay. was antik was für ein ding bitte was okay weiß ich nicht ich wurde so ich nicht so ich ja ja also aussehen zauwik Vielen Dank. So, warte mal. Ah, das ist auch voll cool. So viele Namen. So viele Namen. So viele Namen. So viele Namen. Ja, ja. Ähm. Äh. Tja. Uniccia hat sich zu Strafe die Hände gebügelt. Bitte was? Popcorn, ey, das ist mein Popcorn. Ne, gerade will ich kein Popcorn. Das, was ich gerade will, kann mir niemand geben, leider. Willkommen bei meinem Vortrag. Heute erfahren wir alles über Sand. Aus euch mache ich doch Vogelsand. Ah! 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 Hah! Ah! 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 Also Chaves-Popcorn? Nee. Ich dachte mir nicht komische Sachen sagen, muss ich Hände bügeln. Nein! Da müssen einige andere hier sich die ganze Zeit die Hände bügeln. Ich geh mal meine Hände in den Kernreaktor halten. Ich hol das Bügeleisen. Aua! Das hat er es verdient. Ein Panzerwagen wird überfallen. Ist heute Dienstag? Äh... Ja? Ist es? Das ist, ähm... Okay. Das war sehr random. Das war ja... Ich nehm ich mich nicht auf dem. Oh! Was? 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 Oh! Was? 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 Oh boy, was zur Hölle. Was sind denn komische Sammelsachen hier? Ah, ich vermisse die Arbeit mit Tombstone. War das die Spinne? Seht ihr das auch? Wer ist denn jetzt? Wenn ihr zwei Dollarscheine sucht, die Bank an der 101. hat welche! Schneid dich los, Idiot! Okay Spiderman, zeig mal wie du mit uns klarkommst! Ihr Jungs wisst echt nicht wann es gut ist. hat niemand lust auf noch eine runde wirklich das ist kalt ja das hat es so an sich wenn da niemand drin liegt das bei uns einfach zu lieb gibt noch tipps beim hochnehmen ja es Okay. So, dann wechseln wir mal kurz. Ach, ist das hier unten oder was? Okay. Wie denkt er sich das Zeug nur aus? Oh ne, ist wieder Laser drin. Hast du auch genug Laser umkriegt? Ja, hat er. Ich heiße seinen Onkel gerade. Okay. Okay. Da wären wir. Diesmal ist es aber besser gelaufen. Hm. Okay. 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 Okay, der ist dabei, dass du in den Boden bist. Hey, Onkel, warum hast du Technik im Wolkenkratzer versteckt? Schon mal vom Braxton-Raub gehört? Äh, nein. Ganz genau. Das war mein erster Raub als Prowler. Und auch mein erstes Mal mit einer Crew. Wir wollten dort Prototypen aus Braxtons geheimer Technikabteilung stehlen. Aber jemand hat uns alle verraten. Wer? Hab ihren Namen nie erfahren. Aber sie war gut. Ein Vorfeld. Eine Diebin, die aus dem Bildertuch. Ich war aber nicht sauer. Es war eine wertvolle Lektion. Langsam verstehst du, warum du der zärtester Fall warst. Das war gut mit dem Versteck, Junge. Wer hat wohl Onkel Aaron überlistet? Das schaffen nicht viele Leute. Tja, wer könnte das nur gewesen sein? Liz aka Diebin der Herzen. Bitte was? Wenn, dann stehle ich nur Seelen. Und Nieren. Ja gut, für das Kleingeld in der Tasche. Ich bin im Ohr und meinen. Nieren. Ich bin im Ohr oder anderen. Hab den Seelen. Und wenn du mal was versuchst. Ich bin im Ohr. Ach. Ich bin im Ohr. 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 erstmal in der luft nun seilt und dann mit dem kopf im schornchen stecken bleiben ja besser ein panzerwagen zu überfallen ist echt dreist ich bin spider-man und ich vermiese euch den tag was wird ihr dass die banken gar keine dollar zeichen auf ihren beuteln haben war für mich auch enttäuschend wechsel zu peter für eine verlassene gießerei ist hier viel los was dauert da so lange vorsichtsmaßnahmen tombstone macht es uns nicht leicht alles klar bereithalten jagen ist leben leben ist jagen ich muss das dach aufräumen wenn ich da rein will hier wimmelst nur so von jägern sind die alle für mich aber noch keine spur von dr connor's ich habe schon lange nicht mehr so gestresst erlebt wir werden kann das finden doch mj an und bitte sie bei ihm nachzusehen ja gute idee ich sehe dich dann in der stiftung wenn ich hier fertig bin wo bist du brauchst du hilfe in williamsberg bei der alten stil gießerei dann sagst du sie ihm klingt nach einem job für die spider freunde so werden wir uns sicher nicht denn welchen namen benutzt du mit dem anderen keine ahnung spider mans spider männer das verwirrt doch ich sollte los ich bin jetzt von jägern du brauchst also hilfe nein komm nicht her die sind tödlich ich möchte nicht dass du verletzt wirst bis bald der wird sowas von hierher kommen dann passiert irgendwas weil er nicht gehört hat ja es ist doch ein traum der ausgang ist nicht gesichert ich muss alle jäger loswerden bevor ich reingehe die suche mich schon wieso holt er denn den ich wollte doch den anderen oh mein gott der heute von ganz unten obwohl der andere unten ist ja dann machen wir es halt so der schornstein ist mein weg ins inneren ja sie macht sich gleich auf den weg zu konnors ja wollte nur sicher gehen die stilgießerei richtig ja was machst du gerade cardio dann trainier mal weiter ich muss schnell tombstone finden bevor es ihm wie scorpion geht die dumm kann man eigentlich sein ist das ist ja so auffällig wow und der ist ein super verstärkung ich sollte leise vorgehen hast du gerade so gerade an was zwei wochen lang genau beobachtet und studiert tief in ihm mancher glaubt dass daher seine stärke stand stimmt das weiß keiner ho sentito qualcosa Hallo, Dave. Vielen Dank.